Musik Mein Name ist Stefan Faust, ich bin Diakon mit Zivilberuf, im Hauptberuf bin ich Architekt, selbstständig hier in Galgesheim, bin verheiratet, habe drei Kinder, 25, 23 und 17 und meine Profession ist hier im Albertusstift die Seelsorge. Ich bin zuständig hier für das Haus, für die Wortgottesfeiern, für die persönliche Begleitung der Leute und wenn es dann so weit ist, dass die Menschen sich von hier verabschieden, dann auch für die Beerdigungen und für die Trauerphase mit den Angehörigen. Es macht mir sehr viel Freude, die Arbeit hier, ich kriege ganz viel zurück von den alten Menschen, es ist nicht nur so, dass man etwas gibt, dass man etwas einsetzt, sondern das Strahlen der Augen, die Berührung, das Ansehen der Menschen und darin Christus erkennen. Das war auch meine Begeisterung, warum ich gesagt habe, ich möchte gern Diakon werden, ganz bei den Menschen sein, unterwegs sein, in der Nachfolge des Herrn stehen. Das beflügelt mich und gerade jetzt, wo die Kirche starken Anfeindungen ausgesetzt ist, die sie auch teilweise selbst verursacht hat, bin ich froh und dankbar, dass ich so nahe bei den Menschen bin, weil das, finde ich, ist die wichtige Seelsorge und das ist auch so, wie wir authentisch Christus nachfolgen können. Das war auch meine Begeisterung. Vielen Dank. Vielen Dank.